Woher sind Sie? Ich bin hier in Oberhausen geboren, nein in Duisburg geboren, aber ich bin Fan vom Ruhrgebiet und wenn sich jemand für das Ruhrgebiet interessiert, das finde ich super. Also wenn ich jemandem das Ruhrgebiet zeigen würde und ich würde das Beste zeigen, dies Museum wert. Ja, wo hat man schon mal 100 Meter Museums? Ich finde, die sollten so Sicherheitsseile anbieten. Oje, der kann... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020